Die Flugsimulation bietet uns heutzutage wirklich jede Menge an guten Flugzeugen. Gerade in X-Plane haben wir eine Palette an verdammt guten Flugzeugen, wo fast meiner Meinung nach keine Wünsche offen bleiben. Aber auch im MSFS haben wir heutzutage wirklich so gute Flugzeuge und die Zukunft sieht auch verdammt rosig aus, denn wie wir wissen, gibt es jede Menge wirklich gute Flugzeuge, die angekündigt wurden auf Study-Level-Niveau. Wobei ich mich ein bisschen fragen muss, was ist überhaupt Study-Level und ab wann hat man denn ein Study-Level und braucht man überhaupt ein Study-Level? Das klären wir in diesem Video. Ich bin der Blade Runner. Let's talk! Aber erst einmal herzlich euch herzlich willkommen, liebe Flugsimulator-Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid heute zu einem Let's Talk mit einem doch ziemlich heiklen Thema, nämlich der allgemeinen Frage Study-Level. Ab wann ist Study-Level Study-Level und brauchen wir überhaupt Study-Level? Und ich finde, da gehen die Meinungen natürlich tatsächlich massiv auseinander, ist allgemein auch ein sehr krasses und großes Diskussionsthema und ein bisschen heikel, aber ich hoffe, dass die Kommentare, die dann hier unter diesem Video landen werden, auch auf höherem Niveau sind. Also ich habe bis jetzt zumindest immer gute Erfahrungen mit euch gemacht. Ihr wisst, beste Community ever. Deswegen hoffe ich, bleibt es auch dabei. Schreibt mir, wie gesagt, sehr, sehr gerne zu diesem Comment, beziehungsweise allgemein zu diesem Thema gerne unten in die Kommentare rein. Ich freue mich auf jeden Fall auf sehr viele Kommentare und bin schon total gespannt auf eure Meinung. Aber eben, ja, es ist natürlich ein bisschen ein heikes Thema, weil jeder hat natürlich immer seine eigene Ansicht, was das anbelangt. Nun, Ansicht ist ein gutes Thema insgesamt, denn ihr wisst, dass alles, was ich jetzt sage, ist natürlich nur meine Meinung. Das möchte ich einfach direkt mal schon im Voraus sagen. Das ist kein Gesetz und auch keine Feststellung in dem Sinne. Aber es ist einfach meine Meinung und zudem auch das, was ich einfach davon halte insgesamt. Und da geht es bei mir auch ein bisschen auseinander. Und starten kann ich natürlich mit dem, ja, simplen Anfangen. Ich meine, wir alle haben in dem Sim angefangen als absolute Neulinge. Wir selbst sind das erste Mal wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich in der Cessna drin gesessen. Selbst bei den vorherigen Teilen, weil irgendwie gefühlt war die Cessna immer modelliert in einem Flugsimulator. Und da saßen wir bestimmt alle schon mal drin und haben uns gefragt, ja, was bedeutet denn überhaupt diese ganzen Instrumente, die da vorne drin stehen und so weiter und so fort. Und so haben wir dann praktisch unser Know-how immer mehr aufgebessert und verfeinert und eben sind immer mehr rein in die Tiefe gegangen. Und da geht es auch schon ein bisschen los, denn man kann sich jetzt natürlich auch die Frage stellen. Es gibt ja, wie ihr es sicherlich auch unschwer erkennt und sicherlich auch wisst, gibt es so viele Flugzeuge, die echtes Study-Level-Niveau haben. Also es gibt tatsächlich auch Flugzeuge, die in echt auch wirklich benutzt werden für ein Type-Rating. Was also bedeutet, wir haben hier zum Beispiel ein Flugzeug vor der Nase stehen, X-Foil Labs zum Beispiel, die King Air. Die wird auch in echt, wie ihr wisst, benutzt in einem echten Sim und auch als Type-Rating-Flugzeug. Und das ist ein gutes Flugzeug, überhaupt keine Frage. Aber da muss man sich auch im Klaren sein, dass diese Version, die zum Beispiel benutzt wird in dem echten Simulator, beziehungsweise in diesem Simulator fürs Type-Rating, ist nochmal eine komplett andere Version, beziehungsweise so krass umgeändert, wie wir sie hier zum Beispiel auf unserem System gar nicht haben. Und das ist dann auch schon mal so eine Sache, weil das geht natürlich so krass tief ins System rein und so weiter und so fort. Das wäre theoretisch hier zwar auch möglich, aber würde wahrscheinlich auch systemtechnisch, beziehungsweise leistungs- und performancetechnisch unseren Rechner sprengen. Weil natürlich, ihr dürft auch nicht vergessen, in einem Simulator gibt es wirklich nur ein Flugzeug in der Regel. Und dieses Flugzeug wird simuliert. Und das war es dann mehr oder weniger auch. Das heißt, wenn ich jetzt eine King Air fliege, dann ist dieses System, auf was dieser Sim läuft und so weiter, ist halt wirklich abgestimmt nur für dieses eine Flugzeug. Und das ist natürlich dann auch klar, dass das Ganze dann viel tiefgründiger simuliert werden kann, als hier bei uns zum Beispiel. Also das heißt, in meinen Augen haben wir schon oder werden wir auch nie wirklich einen echten Study-Level-Flieger haben. Was aber möglich ist oder wie sehr man in ein Study-Level eintauchen kann, das sieht man bei der Hotstart 650. Ihr alle kennt das Video hoffentlich. Falls nicht, verlinke ich es nochmal unten rein in die Beschreibung. Aber wie gesagt, wir haben ja, oder beziehungsweise ich habe das Flugzeug das erste Mal getestet auf Drängen eines Community-Mitglieds. Grüße gehen um Mann, Kid Coconut. Ja, und ich kann wirklich nur sagen, das ist für mich absolutes, wirklich echtes Study-Level. Ich weiß nicht, wie krass und wie tief man ein Flugzeug noch simulieren kann, aber das ist wirklich Study-Level, so wie ich ein Study-Level-Flugzeug sehe. Da ist jedes, und damit meine ich wirklich, jede Komponente in diesem Flugzeug ist simuliert und das auch sichtbar simuliert. Ihr seht das, wenn ihr das Video schaut, da gibt es wirklich Tabellen und alles Live-Tabellen und alles Live-Diagramme, beziehungsweise alles Live-Telemetrie. Da sieht man alles, was gerade simuliert wird. Und das ist in meinen Augen wirklich echtes Study-Level-Niveau. Nur wirklich auch hier muss man sagen, wahrscheinlich gibt es dann auch Leute, die jetzt vielleicht sagen, ja gut, Study-Level geht aber auch noch viel tiefer und vielleicht auch bis zu einer gewissen Tiefe rein, etc. Nur glaube ich, dass dieses Flugzeug, diese Hotstart 650 wirklich so das Maximum ist, meiner Meinung nach, was man eigentlich simulieren kann in einem SIM. Und ja, das ist natürlich klasse, es ist genial. Ihr kennt die Palette der Simulation. Da kann man auch sämtliche Failures rein installieren, beziehungsweise rein programmieren. Man kann kleine Mini-Schräubchen, wenn man so will, locker machen, um irgendwann mal festzustellen, dass daraus dann irgendein großer halber Absturz entsteht, übertrieben gesagt. Aber das sind eben diese tiefgründigen Dinge, die man machen kann mit diesem Flugzeug. Und da kommt dann eben schon die nächste Sache auf. Denn ich muss euch gestehen, ich weiß jetzt schon, dass ich in Zukunft das niemals benutzen werde. Also so toll diese ganze Telemetrie ist und so genial das alles aussieht und so tiefgründig das ist und so wahnsinnig einem die Kinnlade runtergeht, weil man gar nicht glauben kann, dass das so tief simuliert werden kann, so wenig werde ich diese Failures benutzen. Denn wenn ich da reingucke und zum Beispiel sehe, dass ich ein Tailstrike oder ein Birdstrike simulieren kann oder eben diverse Geräte da drin irgendwie so manipulieren, dass sie dann später irgendwie kaputt gehen während des Fluges, was auch immer. Es ist so wahnsinnig viel mit dem Flieger zu machen. Trotzdem weiß ich schon, dass ich das niemals benutzen werde. Und da kommen wir eben zur nächsten Sache. Wie sehr brauche ich denn überhaupt Tiefgang? Oder wo hört Tiefgang denn überhaupt auf? Wir alle kennen zum Beispiel den Klassiker. Die PMDG 737 ist das Flugzeug, das eigentlich so verdammt gerne geflogen wird. Ich denke mal jetzt gerade mit Xbox und mit PC wird es wahrscheinlich eines der meistverkauftesten Flugzeuge sein, wenn nicht sogar das meistverkaufteste Flugzeug. Aber wir kennen natürlich auf dem PC gerade die Phoenix. Und die geht natürlich auch in eine Tiefgründigkeit, die ihresgleichen sucht. Wobei man hier natürlich auch sagen kann, dass zum Beispiel eine auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel P3D, ja auch der A320 ja da wahnsinnig gut sein soll. Wobei ich den leider noch nie ausgetestet habe, aber zumindest von den Berichten das kenne, sage ich mal so. Dann die Tolle ist natürlich von X-Plane ein absolutes Meisterwerk, auch hier, was die Systemtiefe anbelangt. Doch trotzdem müssen wir uns immer fragen, inwiefern brauchen wir eine gewisse Systemtiefe? Und wie weit interessiert uns das überhaupt? Und da müsst ihr euch ein bisschen natürlich auch mal ehrlich fragen. Das wollte jetzt nicht heißen, dass ihr das garantiert nicht tut oder so. Ich bin überzeugt, es gibt genügend Leute, die das machen. Aber eben wie regelmäßig mache ich denn das? Und brauche ich denn das wirklich? Und würdet ihr das denn vermissen, wenn es nicht da wäre? Denn letzten Endes finde ich, worauf kommt es an? Wenn für mich persönlich ein tiefgründiger Flieger existiert, dann muss er eine gewisse Sache oder muss er gewisse Sachen mitbringen und damit bin ich dann schon zufrieden. Ich persönlich brauche zum Beispiel keine Sicherung, die ich rausziehen muss, um dann irgendwie festzustellen, dass irgendwas kaputt geht. Es ist schön, dass man es mal ausprobiert hat. Da kann man es mal sehen, aber das ist wie ein Feature, das man eigentlich nie benutzt. Man guckt es sich an und sagt, ah cool, dass das geht, aber danach nie wieder gemacht. Also ich kann euch sagen, bei mir ist es definitiv so. Und da kommen wir zu dieser Frage eben, ab wann ist denn für euch ein Study-Level-Flieger überhaupt ein Study-Level-Flieger? Und ist ein Study-Level-Flieger auch schon ein Study-Level-Flieger, wenn er zum Beispiel gewisse Sachen nicht simuliert? Deswegen wisst ihr ja zum Beispiel, bei mir ist es so, ich kategoriere die Flieger immer so ein, wenn ich sage, ein echter Study-Level-Flieger, weil eben dieses Wort Study-Level, das ist für mich so dermaßen hoch, dass ich dann denke, okay, da muss wirklich alles funktionieren. Und das tut es eigentlich bei fast keinem Flugzeug, außer eben bei der Hotstart. Oder zum Beispiel bei der King Air. Aber da muss ich wirklich sagen, das ist so dieses, wo ich dann immer denke, ja, Study-Level, hm, weil letzten Endes kann man damit halt auch nicht wirklich alles machen. Und deswegen ist, glaube ich, für mich persönlich immer bei vielen Fliegern Study-Level ein falsches Wort. Ich würde aber so weit gehen und da gehe ich allgemein mit dieser Aussage, wie zum Beispiel mit der ATR. Wir wissen, die ATR heutzutage, also die für den MSFS, ist wirklich ein absolutes Prachtwerk, sensationelles Flugzeug, gerade für den Preis, absolute Wahnsinnsteil. Und wenn man auch nur ansatzweise sich irgendwie interessiert für einen Turboprop, empfehle ich wirklich jedem diesen Flieger, selbst wenn man 20 Euro dafür hinlegt, was ja so der teuerste Preis ist, hat man wirklich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und Tiefkundigkeit wirklich in höchstem Maße, sage ich mal so. Doch trotzdem natürlich absolut kein Study-Level-Flieger und in gewissen Sachen auch total reduziert. Trotzdem reicht das völlig aus, um zu sagen, es ist ein sogenannter Expert-Flieger. Und da gehe ich wirklich mit ziemlich vielen Flugzeugen. Für mich ist zum Beispiel auch eine PMDG nicht höher als dieser Experten-Modus, sage ich mal. Man kann verdammt viel simulieren. Es gehen auch diverse Failures rein zu programmieren, etc. Aber für mich persönlich, finde ich zum Beispiel, wird eine PMDG niemals an eine SIBO rankommen, weil eine SIBO viel mehr simulieren kann. Oder zum Beispiel die Phoenix. Bei der Phoenix haben wir auch so einen Tiefgang, den zum Beispiel auch eine, und jetzt ist es natürlich einfach gesagt, eine Fly-by-Wire nicht halten kann. Hier müsste man jetzt natürlich ein richtiges Konkurrenzprodukt haben. Allgemein der Kampf zwischen einem Phoenix und einem Tolles, da kann man jetzt auch wieder natürlich streiten. Ich persönlich habe ja jetzt letztens den A320 von Tolles wieder geflogen und so ein bisschen das Gefühl wieder zurückbekommen, allgemein mit dem X-Plane. Und gehe da auch mit, was die Tiefgründigkeit des Fliegens anbelangt. Aber in der Simulationstiefe bin ich der Meinung, dass die sich relativ gleich sind. Also ja, ich vermute, jetzt werden wahrscheinlich dann auch noch einige Kommentare kommen, vielleicht sogar in den Details. Aber letzten Endes, mir geht es nicht um die Details. Mir geht es wirklich nur darum, irgendwo in einem gewissen Flieger einfach auch, und das, wie gesagt, ist ja auch völlig in Ordnung, ein gewisses Level zu verpassen. Und wie gesagt, ich glaube, also ich persönlich gehe nicht davon aus oder finde nicht, dass die PMDG wirklich Study-Level ist, also in einem so hohen Level, dass man wirklich damit sagen kann, okay, das gehört oder das kommt in einen, also nicht in dieser Version, die wir haben, wohlgemerkt, das kommt in einen echten Simulator, wo man die Piloten auch schulen kann. Also wie gesagt, es gibt diverse Simulationen bzw. Simulatoren, wo man PMDG benutzt, das habe ich zumindest mal gelesen, aber da bin ich auch stark überzeugt, dass das nicht diese Version ist, die wir zum Beispiel bekommen haben, denn die wird wie gesagt massiv angepasst und da ist das einfach nochmal verbessert und weit von dem entfernt, was wir hier benutzen. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung und das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will. Denn letzten Endes für mich persönlich, ab wann ist für mich ein Flieger wirklich tiefgründig genug, dass ich sagen kann, okay, es ist für mich auf jeden Fall Mehrwert und es ist für mich auf jeden Fall ein höherer Standard und vor allen Dingen ist es ein besseres Flugzeug automatisch damit, als zum Beispiel, übertrieben gesagt, eine Captain Sim. Denn wir können ja mal vergleichen, was macht denn eine Captain Sim so schlecht und was macht eine Phoenix so gut? Und letzten Endes sind es viele Sachen. Natürlich, die eine Sache ist hier bei Captain Sim, dass es letzten Endes nur eine Hülle ist auf einem Flugzeug, das schon existiert. Aber hier können wir auch dann uns fragen, ab wann ist es denn allgemein eine Veränderung und ab wann spüren wir denn eine gewisse Veränderung so weit, dass wir sagen, okay, jetzt wird es zu einem Study-Level-Flieger, wenn ihr wisst, was ich meine. Es ist also wirklich sehr viel, wo ich mir selber immer Gedanken mache und zu sagen, ja gut, okay, Study-Level eben, muss das Study-Level überhaupt sein? Ab wann brauche ich Study-Level? Ab wann ist mir das so wahnsinnig wichtig? Viele von euch kennen vielleicht auch, wenn ich unterwegs bin oder allgemein, wie ich fliege, ich fliege selten nach Checkliste. Das liegt aber daran, dass es mir einfach bis zu einem gewissen Teil zwar interessiert und ich das auch mal gerne mache, aber in der Norm habe ich meinen eigenen Rhythmus in den Fliegern drin und benutze die so gut ich kann und fliege einfach nur von A nach B. Jetzt nicht gerade als absoluter Unwissender, aber zumindest immer bis zu einem gewissen Niveau und das reicht mir. Und so bin ich auch glücklich und so fliege ich auch wunderbar von A nach B. Und da muss man sich dann eben auch wieder fragen. So gibt es garantiert genügend Leute, die zum Beispiel auch mit einer Captain Sim zufrieden sind, die sich reinsetzen, die gar nicht so diese Tiefkündigkeit brauchen, die über viele Sachen hinwegsehen können, weil sie sagen, okay, das reicht mir völlig aus und die fliegen einfach nur von A nach B. Und das kann man natürlich sagen, dadurch, dass dieser Flieger, sagen wir jetzt mal die 747 im Vergleich, unten drunter eine 747 ist, ist es natürlich nicht dasselbe Flugzeug. Jedoch hat man mit diesem 747 Flugzeug, was ja unten drunter eine 747 ist, ein schwere Gefühl. Also es fliegt sich auf jeden Fall anders als zum Beispiel eine A320. Und da könnte man jetzt natürlich auch sagen, okay, das heißt, man hat ein bisschen ein schwere Gefühl, man hat ein anderes Flugzeug. Und wie gesagt, wir sind in dem Sinne oder die meisten von uns sind einfach keine Piloten oder der Großteil von uns sind keine Piloten. Von daher ist es auch immer schwierig zu wissen, ab wann wissen wir denn nun wirklich, dass dieses Flugzeug sehr nahe der Realität kommt. Und ab wann wissen wir es nicht. Also das ist immer eine Sache des Geschmacks und letzten Endes auch des Gefühls. Aber das ist nochmal ein bisschen ein anderes Thema. Für mich persönlich, also wie gesagt, die Frage, ab wann beginnt das Study Level. Und ich persönlich bin der Meinung, Study Level, für mich persönlich, Study Level auf diesem Niveau, wo ich das Gefühl habe, so heutzutage, bedeutet Study Level, dass es eben sehr viel tiefgründig simuliert werden muss, dass Failure drin sein sollten, dass wie gesagt fast jede Sicherung gezogen werden kann mit irgendeiner Reaktion darauf. Und da stellt sich eben für mich die Frage, wie viele Menschen benutzen das, brauchen das wirklich in dem Simulator jeden Tag und wie viele davon tun es eben nicht. Und ich bin zum Beispiel sehr überzeugt, dass bei der PMDG der Großteil natürlich sehr viel weiß über dieses Flugzeug, aber auch nur so viel, dass zumindest, dass zum Beispiel auch, also sagen wir es mal ganz simpel, um jetzt nicht irgendwie hier durcheinander zu kommen, sagen wir es mal ganz simpel, die 737 PMDG, die geflogen wird von, sagen wir mal, die 800er Version, die wahrscheinlich meistverkaufteste Version von allen, bin ich überzeugt, dass über 70 Prozent, ich habe jetzt natürlich keine Zahlen, wer weiß, PMDG meldet sich vielleicht, aber ich bin überzeugt, dass über 70 Prozent, wenn nicht sogar 80 oder 90 Prozent, also auf jeden Fall der absolute Großteil davon, keine Failures benutzt und das Flugzeug einfach nur von A nach B fliegt. Und hier stellt sich dann eben die Frage, reicht das dann nicht schon? Wenn ich jetzt also hier drin sitze in einem Flugzeug und dieses Flugzeug mit einem funktionierenden FMC, mit funktionierenden Daten wie ILS, wie eben Implementierung zum Teil auch eben tiefgründiges FMC, dass ich wirklich alle kleineren Sachen benutzen kann und das können heutzutage sehr viele Flieger, reicht das nicht schon? Muss ich da denn wirklich nun die Failures haben? Und eben, wie viele Leute benutzen denn wirklich die Failures? Und da kann man das Ganze auch noch viel weiter spinnen und kann fragen, hey, braucht man denn überhaupt als Entwickler so viel Zeitaufwand, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt ein Flugzeug und simulieren das wirklich bis ins tiefste Grund, bis in den tiefsten Grund und den benutzen dann vielleicht aber nur zehn Leute unserer Käufer. Und das ist dann das, wo man sich fragen muss, okay, lohnt sich diese Arbeit? Hat man dafür noch wirklich was zurück? Und ich glaube, das ist eben so eine Sache, weil tatsächlich heutzutage, wenn man einen Flieger rausbringt und sagt, der ist Study Level und der ist tiefgründig, sollte man sich immer so ein bisschen fragen oder auch hinterfragen, ist das denn überhaupt nötig? Brauche ich wirklich so einen tiefgründigen Study Level Flieger oder reicht mir nicht einfach schon ein Expert Modus Flieger? Und da kommen wir dann wirklich so ein bisschen darauf zurück und da bin ich vor allen Dingen auch gespannt auf eure Kommentare in diesem Video. Aber eben, das ist für mich persönlich wirklich so eine Sache, wo ich mir sehr viele Gedanken darüber mache, gerade im Sinne von Xbox und PC. Und damit kommen wir zum nächsten Kapitelthema dieses Videos und zwar PC, Xbox. Ich werde noch mal ein eigenes Let's Talk darüber machen. Ich denke mal, das ist noch einiges an Diskussionsthema, was das auch anbelangt. Aber wir wissen ja, dass seit letztem Jahr auf der FS Expo in Houston der Jörg Neumann ja so ein paar Zahlen rausgegeben hat und selbst er war erstaunt, wie viele Casual-Spieler insgesamt im MSFS unterwegs sind. Und wir wissen auch, was Casual anbelangt, dass natürlich der Großteil an den Casual-Gamern, die unterwegs sind im MSFS, dass die natürlich Xbox gebunden sind. Das bedeutet also natürlich, klar, viele haben zum Beispiel den Game Pass und benutzen dann einfach mal den Game Pass und schauen sich dann mal den Microsoft Flight Simulator an und stoßen dadurch dann vielleicht auch auf irgendwelche Flugzeuge oder auf irgendwelche Sachen, die sie sich dann gerne dort kaufen, weil sie sagen, hey, das ist ja interessant und sich das Ganze anschauen wollen. Aber definitiv ist es so, dass der Großteil, und das ist wirklich der absolute Großteil, sind nicht die Simmer, sondern es sind tatsächlich die Casual-Gamer, die so ein bisschen auch damit den MSFS unterstützen und so ein bisschen auch zum Leben halten. Was das auch bedeutet, hier kann man auch sagen, und da habe ich leider keine Zahlen gefunden, und ich gehe aber wirklich davon aus, dass das sehr nahe der Realität entspricht, denn ja, da muss man auch gar nicht wahnsinnig schlau sein, um zu wissen, dass man, ja, denn ihr wisst ja auf der Xbox, was gibt es auf der Xbox. Wir haben tiefgründige Flieger, da haben wir nur den PMDG in der Norm, sage ich jetzt mal, und die Inni-Builds, natürlich noch die ganzen Just-Flights, keine Frage, die sind ja auch noch da drin, aber trotzdem sind sie jetzt nicht so wahnsinnig top, wie wir wissen. Nicht top, sie sind top von der Entwicklung und vom Fliegen her, aber sie sind nicht top gefragt und sie sind jetzt nicht die Wahnsinns, ich sage jetzt mal, die Wahnsinns-Kassenschlager, allein schon alleine nur durch die Modelle. Und wir wissen auf jeden Fall, und da bin ich eben sehr überzeugt, dass die PMDG bestimmt, was tiefgründige Flieger anbelangt, das meistverkaufteste Flugzeug ist auf der Xbox. Einerseits natürlich auch, weil es, das gesagt, fast nichts anderes gibt, andererseits aber auch, weil es wirklich ein total interessanter Flieger ist, der eben viel Tiefgang bietet. Was also auch bedeutet, und deshalb hier auch schon mal meine nächste Frage, gerade an die Xbox-Welt, inwieweit oder wie fern würdet ihr euch denn gerne ein tiefgründiges Flugzeug wünschen, beziehungsweise ab wann fängt für euch denn überhaupt das Wort Study-Level an und was seht ihr als Study-Level-Flieger? Denn letzten Endes ist für mich immer so ein bisschen auch die Frage, natürlich kann man bei der Xbox alles Mögliche machen, ihr könnt also vor eurem Fernseher sitzen, ihr könnt dort eure Hardware anschließen, also das heißt, ihr bestellt euer Thrustmaster-Captain's-Pack, was viele benutzen auf dem Computer, und das reicht völlig aus, und damit kann man das anschließen an die Xbox, und dann hat man vielleicht noch ein Bluetooth-Tastatur und dann noch ein Bluetooth-Maus, und das reicht völlig aus, und damit kann man auch wirklich dann gut die ganzen Sachen bedienen, so wie wir auf dem Computer auch. Und wenn man jetzt nicht so viel Geld hat, ist das eine sehr gute Solution, wie wir wissen, also eine sehr gute Lösung, und wir wissen auch, dass das sehr viele machen. Was also auch bedeutet, es ist auf jeden Fall sehr gefragt, und es wird auch gerne benutzt, auch auf der Xbox. Und ja, die Xboxler werden, was das anbelangt, immer noch ein bisschen belächelt, was ich ein bisschen traurig finde. Andererseits, wie gesagt, muss das jetzt auch nicht gerade in diesem Video zu suchen haben. Definitiv ist es auf jeden Fall klar, dass auch in der Xbox, oder allgemein auf der Xbox-Welt, und das sieht man jetzt, alle neuen Flugzeuge, die rauskommen, werden definitiv versucht, auf die Xbox zu übertragen, und ich glaube, auch hier in Zukunft wird sehr viel Neues kommen für die Xbox. Aber eben, das bedeutet letzten Endes nichts anderes, dass da auch sehr viele Simmer aus dieser Xbox-Welt, oder von der Xbox, ebenfalls in die Simmerwelt stoßen. Und damit meine ich jetzt die tiefgründigen Flieger, die Flieger, die so ein bisschen wie wir gerne tiefgründige Flugzeuge haben, und eben auch gerne längere Zeit damit verbringen, und auch eine halbe Stunde unten warten, beziehungsweise alles einstellen, bevor sie anfangen zu starten, und nicht einfach nur auf Start klicken, und los geht's. Also ihr wisst, was ich meine. Und da ist es eben auch die Frage, und da würde es mich auch mal wirklich interessieren, inwiefern interessiert euch Tiefgründigkeit, und inwiefern würdet ihr sagen, brauche ich bis zu einem gewissen Level einfach nur Tiefgründigkeit, dass ich sage, okay, das sollte funktionieren, das sollte und das sollte funktionieren, aber der Rest ist mir wurscht. Oder wollt ihr ebenfalls genauso wie viele andere, oder wie es andere Leute gibt, die zum Beispiel eben sagen, es muss alles bis ins kleinste Detail modelliert sein, das würde mich mir auf jeden Fall interessieren. Und damit kommen wir aber auch zu einem nächsten interessanten Kapitel, nämlich diesem Fluggefühl. Und da kann man definitiv drüber reden, meiner Meinung nach. Denn ich persönlich lege sehr viel Wert auf ein richtiges Fluggefühl. Und hier wird es aber auch wiederum schwierig. Denn letzten Endes, ihr wisst, ich bin kein echter Pilot, und ich weiß auch, dass die meisten von euch, und allgemein, dass die meisten von allen Simmern nicht wirklich echte Piloten sind. Was also auch bedeutet, wir haben keine Ahnung, wie sich wirklich so eine 737 anfühlt. Wir haben auch keine Ahnung, wie sich wirklich so ein A320 anfühlt. Das heißt, wenn ich jetzt als Laie in einen X-Plane einsteige, und fliege meinetwegen die A320 Neo, fühlt sich das an wie eine A320 Neo, die ich eben in X-Plane fliege. Wenn ich jetzt aber in MSFS gehe und fliege die A320 Neo von Fly by Wire, weiß ich zumindest, wie der eine sich anfühlt und der andere sich anfühlt im Sim. Aber ich habe keine Ahnung, inwiefern jetzt wer realistischer ist. Was also bedeutet, wenn ich mich jetzt persönlich in eine Tolles reinsetze und denke, für mich persönlich fliegt sie sich besser, dann ist das meine Meinung, weil ich das Gefühl habe, dass sie näher an der Realität ist. Aber letzten Endes habe ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, ist die Fly by Wire vielleicht doch näher an der Realität als zum Beispiel eine Tolles, weil ich einfach noch nie in eine echte A320 geflogen bin und wahrscheinlich das auch nie werde. Aber darum geht es mir nicht. Letzten Endes, und das ist das, was ich damit sagen will, für mich persönlich ist auf jeden Fall, das Fluggefühl hat für mich auf jeden Fall einen sehr großen Anteil an Tiefgründigkeit. Wenn ich jetzt also einen Flieger kaufe und der meinetwegen eine Tiefgründigkeit hat wie ein Hotstart, sich aber anfühlt wie ein Papierflieger, dann werde ich mit dem Flieger nicht nur nicht glücklich, sondern ich würde den auch gar nicht so hoch einschätzen. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Hotstart unterwegs bin, 650, und fliege mit der los und fange allein schon an, nur loszurollen und spüre, da ist Schwerfälligkeit, da muss ich arbeiten, das ist ein komplett anderes Verhalten, als wenn ich jetzt zum Beispiel die A320 bewege von Phoenix. Die fühlt sich viel, viel leichter an, viel einfacher. Und dann merke ich dann für mich, okay, oder habe ich das Gefühl, dass sich da mehr Leute hingesetzt haben und ich weiß ja auch, dass bei der Hotstart jetzt wirklich viele echte Piloten mit dran waren und die geben ja Tipps und Infos und so weiter. So war es auch bei der Phoenix. Aber bei der Phoenix kann man sagen, dass die ein bisschen limitiert war oder dass die auch bis zu einem gewissen Level gegangen sind und gesagt haben, okay, bis hierhin reicht es uns und die Hotstarter halt nochmal ein bisschen fixer drauf war und wirklich die Perfektion, sagen wir mal wollte. Wobei ich auch hier wieder die Frage habe, inwiefern ist die Hotstart denn wirklich der Realität sehr nah oder wie nah kommt sie an die Realität? Auch wenn ich eben das Gefühl habe, dass es wahrscheinlich so ist, dass sie sehr nah an der Realität ist, weil sie sich eben ein bisschen anders oder in manchen Dingen auch ganz anders fliegt als zum Beispiel ganz viele andere Flieger im Simulator. Und deswegen, also die Frage ist für mich natürlich auch an euch, wann oder wie sehr legt ihr denn zum Beispiel Wert auf schweres Verhalten, auf gefühlstechnisch echtes Verhalten. Denn das ist auch immer so schwer. Ihr sagt jetzt meinetwegen oder ich sage jetzt, dass ich meinetwegen die Tolles und so ist es momentan, die Tolles fühlt sich für mich realistischer an als zum Beispiel die Phoenix im Flugsimulator. Aber auch hier habe ich keine Ahnung. Für mich persönlich fühlt sie sich besser an und ich sage, es fühlt sich für mich so an, als wäre es realistischer. Weiß ich, ob es realistisch ist? Nein. Doch trotzdem ist es mir wichtig. Mir ist es wichtig, dass wenn ich zum Beispiel eine Triple Seven fliege, dass sie sich schwer anfühlt. Dass ich das Gefühl habe, ich tue wirklich Tonnen bewegen. Und natürlich muss sich das auch ein bisschen anders anfühlen, rein logisch betrachtet, denn so ganz so blöd sind wir natürlich auch nicht als Zimmer. Wir können natürlich schon wissen, dass sich zum Beispiel eine 737 garantiert leichter fliegen wird als zum Beispiel eine Triple Seven. Das ist doch ganz klar, denn die ist ja insgesamt auch leichter. So eine 747 muss dadurch schwerer sein zu fliegen, weil sie einfach auch schwerer ist in echt, beziehungsweise weil sie auch mehr Tonnen sind, die man bewegen muss. Das ist natürlich klar. Und da kann man natürlich sagen, okay, dieser Flieger ist schwerer und dieser Flieger ist weniger schwerer. Aber da können wir das Ganze ja auch viel weiter spinnen und können sagen, okay, das heißt also letzten Endes sollten wir ein Stück weit nur unterscheiden können zwischen leichtem und schweren Flieger. Was also bedeutet, böse gesagt, reicht dann irgendwie vielleicht dann doch eine Triple Seven von Captain Sim. Weil sie fliegt sich definitiv schwerer als eine A320 von Fly-by-Wire oder auch die Phoenix. Fliegt sich leichter als so ein Triple Seven, wo wir ja wissen, dass diese Triple Seven letzten Endes unten drunter ein Asobo 747 ist, aber auch der fliegt sich schwerer als so ein A320 von Phoenix. Und das ist ja genau das. Ich würde jetzt natürlich auch so weit gehen und würde sagen, ja gut, ist jetzt kein Vergleich, weil letzten Endes Captain Sim ist keine Triple Seven und selbst wenn wir sagen wir mal eine PMDG 747 bekommen, wird die sehr, sehr wahrscheinlich besser fliegen oder allgemein sich besser vom Fluggefühl anfühlen wie so eine 747 von Asobo. Doch trotzdem müssen wir uns immer wieder fragen, ab wann und wie fern und wie weit ist denn das wirklich nur in echt so und ist das wirklich denn nur auf Study Level? Und das ist eben so eine Sache, wo ich mir dann eben Gedanken mache und mich selber auch frage, okay, welches Flugzeug ist denn jetzt nur wirklich erfolgreicher und ab wann ist ein Flugzeug denn überhaupt mehr wert und ab wann vor allen Dingen ist ein Flugzeug denn auch wirklich besser? Und das ist nur eine Frage, denn letzten Endes, wo definieren wir denn, dass es besser ist? Definieren wir das an dem User, der es benutzt? Also an dem, der zum Beispiel die PMDG hat oder an dem, der die Captain Sim hat? Denn letzten Endes muss man sich auch fragen und da bin ich auch sehr überzeugt, der Großteil der Käufer, der die 7777 gekauft hat, ist bestimmt nicht der Teil, der sagt, oh nein, ich bereue den Kauf. Wir wissen, dass sehr viele Leute die 7777 gekauft haben, zum Beispiel von Captain Sim oder wer auch immer und dass diese Verkäufe offensichtlich gut genug sind, dass die Captain Sim immer wieder neue Sachen rausbringen, denn würde es sich nicht lohnen, würde es ja auch keiner machen beziehungsweise würden sie aufhören oder wären jetzt schon bankrott. Und deswegen, es scheint also wirklich Leute zu geben und genügend Leute, und da komme ich wieder ein bisschen auf die Casual-Flieger zurück, die eben eine 7777 von Captain Sim fliegen und damit völlig zufrieden sind. Und wenn wir jetzt diese Definition benutzen an zufriedenen Fliegern, dann würden wir sogar so weit gehen können, dass wir sagen, okay, PMTG und 7777 von Captain Sim scheinen wohl beide genauso viele zufriedene Spieler zu haben, sagen wir es mal so, oder User zu haben. Ich weiß es nicht. Eins kann ich aber auf jeden Fall sagen, und das ist ja ein bisschen prozentual gesehen, wir wissen wie gesagt, der größte Teil ist Casual-Gamer, als zum Beispiel die echten Simmer, denn die sind wirklich nur ein Drittel von dem, was man gesehen hatte. Das ist also definitiv so gewesen und das war letztes Jahr so. Dann wissen wir, dass diese zwei Drittel, die das benutzen, also die den Simulator benutzen als Casual, haben bestimmt jetzt auch nicht die tiefgründigsten Flieger da drin. Ein paar davon werden garantiert auf die Tiefgründigkeit runtergekommen sein und gesagt haben, okay, ich will eben so eine PMTG und fliege damit und habe wahnsinnig Spaß. Aber eben, es gibt bestimmt auch einen ziemlich großen Teil, der zum Beispiel so eine Captain Sim fliegt. Und das bedeutet also, wir haben jetzt diese, diese, diesen zwei Drittel, die meinetwegen jetzt nicht alle Captain Sim haben, aber auf jeden Fall davon haben bestimmt einige davon die. Und dann haben wir dieses eine Drittel von Simmern, die zum Beispiel eben mit PMTG durch die Gegend fliegen oder mit einer Phoenix. Also ihr wisst, was ich meine, Freunde. Und wie weit oder inwiefern können wir denn da jetzt sagen, okay, Tiefgründigkeit bei Fliegern ist enorm wichtig oder ist einfach nur es wichtig, einen Flieger rauszubringen, der die Masse einfach fliegt. Und wenn selbst zwei Drittel davon nicht glücklich sind, ist es ein Drittel davon. Und dieses eine Drittel oder wenn wir es so nehmen, hat ja drei Drittel dieses Flugzeug gekauft. Und wenn ein Drittel damit zufrieden ist, kann man wieder was Neues entwickeln mit diesem Geld und es rausbringen und dann kauft es vielleicht wieder die Masse. Also das ist allgemein so eine Frage, ab wann ist Tiefgründigkeit Tiefgründigkeit und inwiefern brauchen wir Tiefgründigkeit im Sim? Ich denke mal, ich habe es jetzt oder ich hoffe mal, ich habe es jetzt ein bisschen rübergebracht und euch so ein bisschen die Gedanken rüberbringen können und auch vielleicht auch ein bisschen jetzt wahrscheinlich die Diskussion. Es ist tatsächlich sehr schwierig. Ich gehe mit und sage auch, es ist ein schwieriges Thema und es ist vor allen Dingen auch so eine Frage, die mich persönlich wirklich beschäftigt. Wiefern und inwiefern brauchen wir tiefgründiges Fliegen und ja, ab wann ist Tiefgründig wirklich tiefgründig und vor allen Dingen ab wann brauchen wir ein Flugzeug oder ab wann sagen wir, dass das Flugzeug nur gut ist, weil es tiefgründig ist und das andere ist einfach schlecht, weil es keine Tiefgründigkeit bietet und eben. Und deswegen, wir sehen vor allen Dingen auch, wenn wir ein bisschen nochmal vergleichen, die 737 von PMDG, die kostet ja im Moment, wie ihr wisst, 70 Euro und ist damit einer definitiv, auch wenn 70 Euro in meinen Augen gar nicht mal so viel ist, weil ihr wisst, ich bin auch aus der X-Plane-Welt, was bedeutet, da sind die Flieger auf jeden Fall um einiges teurer, aber wir wissen, 70 Euro ist zumindest in der Flugsimulat-MSFS-Welt relativ teuer, wenn wir alle anderen Flieger vergleichen, denn wir haben zum Beispiel die Phoenix, die ist billiger, wir haben Inibills, die sind billiger und wir haben auch meinetwegen FSS, die billiger sind, also es gibt viele, in der Norm ist 70 Euro schon sehr hoch, es gibt Leonardo, der ist teurer, das ist richtig, der kostet 90 Euro, das ist auch zu viel in meinen Augen, aber 70 Euro ist auf jeden Fall in der höheren Sparte dabei, also wenn nicht sogar, die höchste eben nicht, aber auf jeden Fall ganz oben mit dabei und meiner Meinung nach ist die Phoenix besser modelliert, hat viel, viel mehr Tiefgründigkeit etc., was also bedeutet, trotzdem, dass die Phoenix günstiger ist, bietet sie mehr als eine PMDG und da stellt man sich, und da kann man doch dann wirklich die Frage stellen, hat die PMDG das Recht, so teuer zu sein, wenn sie ja nicht so tiefgründig simuliert ist, wie zum Beispiel eine Phoenix, ihr wisst, was ich meine und da allgemein diese ganze Fragerei und diese ganze Sache habe ich jetzt hoffentlich ein bisschen euer Interesse geweckt und vielleicht auch ein bisschen eure, ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, was ihr dazu sagt beziehungsweise wie eure Meinung dazu ist und was meint ihr dazu, brauchen wir Tiefgründigkeit und inwiefern muss ein Flieger tiefgründig simuliert sein und dann würde ich sagen, reicht das für heute, für den Sonntag und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen beziehungsweise fürs Dabeisein und wir sehen uns ansonsten am Mittwoch zum nächsten Stream wieder oder zum nächsten Community Stream oder zum nächsten Video schauen wir mal inwieweit euch das hier gefallen hat und inwieweit ich euch damit anregen konnte und dann freue ich mich auf das nächste Let's Talk ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Sonntag lasst es euch gut gehen liebe Flugsimale Arterfreunde wir sehen uns immer schön breit weiterfliegen euer Blade Runner